Wenn wir es wirklich wissen wollen, finden wir es raus. Würfel einfach. Hat irgendjemand die Werte für ein Schiff? Ja, ich kann dir sagen, wo die stehen, nämlich genau da, wo auch steht, ob es plus 6 oder plus 7 ist. Plus 6 ist korrekt, Seite 8. Wow. Gruppspiel geht auf Fingerseite, Konstitution Klammerkraft. Nee, nee, du musst dann in deine Mirakelprobe schmeißen, nicht die Dingensprobe. Ja, ja, hab ich. Elf Punkte, was kriege ich dann an heute mal, waren das nicht? Äh, halbe. Halbe LKP-Stern. Halbe LK... Plus irgendwas. Nee, nee, plus 5, was für Mirakelplus. Ja, ja, du hast halt genau. Nee, nee, warte. Nein, 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 du hast ja schon die Erschwernis genommen. Okay, warte mal. Du hast schon die Erschwernis genommen, ja, das ist gleich. Warte, du hast gleich? Warte, du hast gleich? Mhm. Oh, ich hab zu lange keinen Geweihten wegen gespielt, ey, fuck off. So, Fingerfertigkeit und wie geht es da weiter, Abel mir? Äh, Fingerfertigkeit, Konstitution, Körperkraft. Ja, boom, dann habe ich volle Elfpunkte über Rafim noch nie in seinem Leben geschmiedet. Okay, das muss ich mir aber jetzt auch gerade ein bisschen zu peinlich zuzugeben, dass er keine Ahnung hat. Er spielt in verzweifelt einmal zu Chor, greift in die heiße Schmiede, verbrennt sich die Hand und zimmert dann einen überraschend guten Nattenrost. Okay, währenddessen, denn das dauert ja ein bisschen. So, mein Narion nimmt sich irgendwie eine Eisenstange, der rumsteht vermutlich irgendwo halt so ein Werkzeug, mit dem die Kohle geschürt wird. Naja, kannst du auch, du nimmst es einfach. Und dann, und dann biegt der da raus, ein 1A-Rost zu haben, denn er kann den Metamorpho-Felsen formen. Siehst du? Und dann, und dann biegt das wieder auseinander. Es kommt nicht dasselbe Werkzeug wieder raus, sondern hat einfach nur eine gerade Eisenstange. Und so machst du es wieder auseinander. Und dann gibt der Boltax das Ding in die Hand. Du musst es nur wollen. Du kannst aber keine elfische Rep einordnen. Was? Du kannst aber keine elfische Rep einordnen. Nein, das stimmt. Sulamin steht mit einem Weinglas in der Hand daneben und sagt, es hat sich definitiv gelohnt, euch zu begleiten. Ich würfe immer auf Körperkraft, weil das natürlich Boltax-Ansatz ist, das Ganze zu verbiegen. Nicht so sehr aus den Armen, aus dem Handgelenk. Und mit Liebe. Echte Gitter macht man mit Liebe, nicht mit Zaubereien. Oh, mein Handgelenk. Und das war zu viel. Ja. Ja, ich glaube, ich kriege das nicht. Vielleicht musst du noch ein bisschen üben. Wie viel Zeit hast du? Ja, bis morgen früh. Oh, ich hätte jetzt gesagt, wenn du zehn Jahre Zeit hast, kriegst du es hin. Nein, Mann. Wir müssen jetzt noch das Bier braun machen. Ja, das kommt als nächstes. Das ist richtig. Aber Rafim hat sehr gute Fortschritte gemacht. Schaut mal. Ja, aber mir reicht mir mal das andere Hämmer-Dings da. Ich weiß nicht, das sieht so gewalttätig aus. Hämmer-Dings da, der Hammer. Das ist Rafim, Mendarion. Das ist ganz normal. Ich bin beeindruckt, Rafim. Ich wusste nicht, dass du so ein guter Schmied bist. Das hast du uns nie erzählt. Ich glaube, Rafim hat das mit dem Wollen drauf, Mendarion. Du hast da so ein paar Blasen, Mendarion. Nun, Rafim wusste schon immer, was er wollte. Und der will jetzt immer sehr. Nur will er immer die falschen Dinge. Also in der Regel will ich die richtigen Dinge. Ja, ja. Das ist sehr wichtig. Beim Schmieden müsst ihr wissen. Es wissen nur solche hochgebildeten Herren wie ich. Man muss ab und zu auch mal in die Kohle greifen. Ja. Damit man die Temperatur wirklich fühlen kann. Ich lüge natürlich. Ich wirf mal auf ein theoretisches. Ich als Zwerg kann das natürlich nur bestätigen. Man muss das Feuer spüren, das man nutzt. Ansonsten wäre Angosch unzufrieden. Nun, ich bin mir nicht sicher, ob ich auf diese Art spüren würde. Das sieht doch sehr schmerzvoll aus. Und das Ergebnis spricht für sich. Naja, aber du siehst ja durch das Blut, was dann aus der Hand läuft. Das kühlt das Eisen und das Metall runter. Das ist sehr wichtig. Ja, bei mir dann wird es nämlich härter. Äh, macht man das nicht mit Wasser oder Eis? Ja, wenn man natürlich schmiedet und es nicht ernst meint, dann kann man das natürlich auch machen. Und so habe ich es damals gesehen und auch gelesen davon, dass man mit Wasser es ja enthärtet. Sagen wir so, viele berühmte Schwerter wurden in Blut gekühlt. Aber das ist das erste Mal, dass ich das von einem Lattenrost höre. Naja, vielleicht wird es ein sehr berühmter Lattenrost. Ja, vielleicht wird Angros Schminja den mal in die Schlacht führen. Und wir können den Lattenrost auch ins Biertum machen. Äh, gut, dass wir gerade zum Bier kommen, denn das wäre nun der nächste Schritt. Ähm, dafür habe ich Serpentilio gebeten, in seinem, ähm, ähm, Alchemielabor, ähm, ein paar Kübel und, ähm, eine Brauverrichtung bereitzustellen. Wir können einmal zu ihm gehen. Ähm, er ist sicherlich mittlerweile dabei, alles vorbereitet zu haben. Äh, ich habe hier den entsprechenden Hopfen und, ähm, alle anderen Zutaten sind bei Serpentilio. Ähm, kommt, kommt, das wird sicherlich lustig. Aus dem Alchemielabor quillt unheilvoller Nebel und es stinkt bestialisch nach Schwefel. Und wenn du irgendwie die Tür öffnest, dreht Serpentilio sich um und hinter ihm ist eine riesige Rauchsäule in einem Pentagramm, in der garantiert Gandalfon drin ist. Und, äh, er versteckt irgendwas hinter dem Rücken. Ah, äh, Voltax, äh, jetzt gerade ist schlecht. Äh, jetzt gerade müssen wir aber das Ehebräu brauen. Das ist, äh, nicht, nicht so gut. Das ist, äh, jetzt aber Zeit. Äh, könnt ihr hier in einer Schott über die Schulter zwei Stunden wiederkommen? Also eigentlich haben wir einen straffen Zeitplan. Ja, wir können das Binden des Stammbuchs aber auch hervorschieben. Dann hätte Serpentilio etwa eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit, um hier für Ordnung zu sorgen, Serpentilio. Aber Voltax, das Bier, es braucht ja die Zeit. Ah, das stimmt auch. Naja, aber wollt ihr, dass es nach Schwefel schmeckt? Nein, das, äh, das kann niemand wollen. Wobei... Schwefel? Schon geil. Ein bisschen Erde sollte schon drin sein, hab ich gehört. Schwefel, boy? Ich fürchte, es ist keine Erde, aber... Nein, besser nicht. Ähm, nichtsdestotrotz. Dann fangen wir mit dem, äh, Binden des Stammbuches an und, äh, kommen dann in einem halben Stundenglas noch einmal hierher. Serpentilio, bis dahin, ich verlasse mich auf dich, hast du Ordnung. Schaufig stimmt, ich mache nur das Fenster ein wenig auf und dann wird alles. Wenn ihr, wenn irgendwie die Tür wieder zu ist, hört ihr noch wie er leise hinflucht. Jetzt geh endlich in die Flasche, verdammte! Naja, Boltrax, also jetzt binden wir ja das Stammbuch, richtig? Genau. Aber... Ich finde, Abemir sollte das dabei auch vorlesen, oder nicht? Sonst wissen wir ja gar nicht, von wem wir da alles sprechen. Oh ja, das ist eine sehr... Moment, das würde vermutlich die halbe Stunde deutlich sprengen. Ja, aber vielleicht könnten wir ja nur die letzten 20, 25 Generationen zurückgehen, dass wir ein aktuelles Bild haben. Das ist eine hervorragende Idee, äh, zumindest brautseitig. Ähm, meine Orphan kennt ihr ja alle. Ihr erinnert euch sicherlich noch an die Geschichte mit der Armbrust. Was ich euch nicht erzählt habe, war, dass es mein Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Großvater war, der die Armbrust erfunden hat. Doch, ich glaube, das hast du erwähnt. Ja, hab ich erwähnt. Deshalb brauchen wir da auch nicht auf den neuesten Stand zu kommen. Aber, hier, äh, bei Angroschminia wäre das natürlich schon von Vorteil. Ähm, Abemir, äh, das sind die entsprechenden Seiten. Du kannst ja schon mal anfangen vorzulesen und die anderen hängen dir bestimmt gebannt an den Lippen. Sind die im Zweig schon rumgeschrieben? Ja, sie sind, äh, in Angroschminia. Dann hab ich keine Chance, die Dinger zu lesen. Hast du keinen Zauber für sowas? Ja, aber nicht für den Quatsch. Hallo? Ich kann die Sachen nicht lesen. Was? Naja, du kannst sonst immer jeden Quatsch lesen. Warum kannst du das denn jetzt nicht lesen? Wenn's dann unbedingt sein muss. Naja, es muss unbedingt sein. Gib, gib mir eine Sekunde. Äh, ey. Kann ich mich mal vorbereiten? Lass mal im Xenografus Zeit. Ich bin recht für so einen Quatsch, also. Richtig guter Zauber. Ja, ja. Ja, was sehe ich denn da? Was sehe ich denn? Du liest eine ganze Menge an Namen und Verwandtschaftsbeziehungen vor, dass sie die Tochter von ihm, der der Sohn von ihm, der die Tochter und so weiter von ihm und ihm. Wahrscheinlich, was sie gemacht haben in ihrer Stamm-Sippe. Ja, das ist das Clan-Buch, ne? Da sind dann irgendwie Cousins, Cousinen, fünften Grades noch mit drin, die alle irgendwie schmiel waren. Und wer mit wem im Streit lag, also das Buch... Nee, das ist das Buch des Gräuels, das ist nicht dabei, nee, nee. Das steht natürlich nicht da drin. Also nur, was sie waren und von wann bis wann sie gelebt haben und wie sie in verwandtschaftlicher Beziehung zueinander stehen. Also in ihrer Nachbargeneration gibt's noch 200 Zwerge. Ja. Und dann, also das ist halt nur Cousins und Cousinen, ne? Die haben alle untereinander geheiratet, ich verstehe. Nee, da steht ja nicht drin. Ja, das dauert natürlich. Die Nase war etwas zumbrägerisch wahrscheinlich, aber ich probiere mein Bestes irgendwie. Nach dem 20. Zwergennamen hast du's drin. Oh, abonniert, das kriegst du ja richtig gut hin. Äh, das ist ja wunderbar. Vielleicht sollte ich dann doch nicht morgen selbst die Anwesenden verlesen, die nicht konnten, sondern es dir überlassen. Äh, äh, nein, nein, danke, danke. Diese Namen sind doch etwas... Äh, habt ihr noch etwas von dem Wein? Ja, hier bitte. Aber natürlich. Ach, viel besser. Sie rollen so schwer im Hals, diese Namen. Und, ähm, die werden morgen alle noch einmal verlesen, ja? Ich fühl's ja... Ja, aber das sind ja... Dann haben wir ja voll den Vorteil, weil wir's ja schon mal gehört haben. Richtig, da könnt ihr zuordnen, wer das jetzt genau ist. Ihr habt einen Wissensvorsprung, gewissermaßen. Äh, habt ihr auch einen Stammbaum bezeichnet und sich das gehört? Äh, das gehört zu dieser Übung mit dazu, das kommt am Ende. Äh, äh... Und... Du siehst, dass Bulltags, wer du vorliest, schon dabei ist, einen Stammbaum zu zeichnen. Hier kommt ein Malen zeichnen. Wurf. Der sieht sogar ganz okay aus. So, und hier noch eine Verästelung und das wäre dann mein Bruder und damit wäre er vollbracht. Hä? Ja? Sieht jetzt nicht so nach einem Baum aus, wie ich gedacht hätte, aber... Wahrscheinlich sollte eine Steineiche vermutlich so knorrig wie sie ist. Ja, ja. Sieht eher aus wie so ein riesiges Pilzgeflecht. Ein Stammpilz. So ist das... Oh, das ist, äh, keine schlechte Idee, vielleicht nenne ich es so. Eine Stammmykorrhiza. Ah. Ja, das gefällt mir gut. Das gefällt mir gut. Äh, ja, dann würde ich das am Ende noch verleimen und dann zu einem Buch zusammenbinden. Ich weiß jetzt nicht, welches Talent das wäre. Buchbinder. Ich wollte gerade sagen, Buchbinder. Was gibt es? Hast du das nicht aktiviert? Nein. Du musst du ableiten. Oh, Mann. Ich, ich wusste nicht, dass es dieses Talent gibt, ansonsten hätte ich es im Vorfeld, äh, zumindest... Es gibt kein Buchbinder-Talent, die verarschen will. Das ist dein Moment zu Mirakel. Das ist dein Moment zu Mirakel. Ich glaube, das ist irgendeine Talentspezialisierung, ist das, glaube ich. Buchbinder zu Mirakel. Wenn der... Zeit bestimmt irgendwie mit Malen und Zeichen... Es ist Lederarbeiten. Oh mein Gott. Talentspezialisierung Lederarbeiten. Herrlich. Wie wär's denn, wenn du Löcher in die Seite reinmachst und dann mit einer Schnur die verbindest? Vor allem, wie er ihm einfach sagt, es gibt ein Buchbinder-Talent und er ist schon gar nicht mehr hinterfragt. Nö, bei DSA, bei den Talenten, wenn es Deichbauer gibt, dann warum ja auch Buchbinder? Das ist wahr, das ist wahr. Ähm, ja. Warte, Deichbau ist immer ein DSA-5-Ding. Ich weiß. Naja, so ein bisschen, bisschen Ahnung hab ich vom... Von... Also, ich könnte dir vielleicht die Seiten so zurechtschneiden, wenn du das jetzt in Leder einschlagen willst. Oh ja. Das, äh... Ja, sehr gerne. Ja, dann würde ich das dann Raffi mal outsourcen. Ich hab volle 6 Punkte und bin bereit, sie einzusetzen. Äh... 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 Ist jetzt nicht so gerade geworden, bin ich ehrlich. Das Leder war aber noch sehr, sehr nass, also... Spiel... Es... Es ist ein Buch. Das ist schon... Schon in Ordnung so. Es kommt ja auf die inneren Werte an. Und dass die Seiten nicht rausfallen. Ach... Gut, gut. Dann, äh... Sind wir jetzt alle auf einem Stand der Dinge. Wir wissen jetzt, äh... Über die Familie der Braut Bescheid. Dann können wir jetzt runtergehen. Äh... Ich denke, Serpentile dürfte mittlerweile mit seinen kleinen, ähm... Problemchen da unten, äh... Fertig sein. Und, äh... Wir können mit dem Ansetzen des Ehebräus beginnen. Er steht vor dem offenen Fenster und widelt mit nur dem... Nur dem, wir nennen mal das Buchrücken von irgendwas. Also, es ist kein... Kein... Kein Papier drin. Sondern nur halt die... Die beiden hölzernen, äh... Deckklappen. Und widelt irgendwie panisch zum Fenster raus. Ah, ja. Äh... Da seid ihr ja. Ja, ihr könnt auf jeden Fall... Oh nein, nicht da, nicht da! Äh... 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 Dann sind wir jetzt alle hier versammelt und können den wichtigsten Teil des gesamten Vorganges des heutigen Abends, äh... Äh... Angemessen zelebrieren. Das Brauen des Ehebräus. Beziehungsweise das Brauen dauert ja mehrere Wochen. Aber wir setzen das Ehebräu heute an. Und morgen werden Angoschminia und ich jeweils einen kleinen Schluck fein verkosten. Ähm... Um zu sehen, ob das Ehebräu auch gut und vollmundig, äh... Äh... Schmecken wird, wenn es denn einmal fertig ist. Und, äh... Äh... So die Götter wollen, können wir dann alle, nachdem wir die Plagenbringer vernichtet haben, einen schönen Schluck Ehebräu trinken. Ach, das wird fantastisch. Dann dürfte es fertig sein. Ja. Vielleicht sogar schon davor. Äh... Man wird's sehen. Gut. Ich habe keine Ahnung vom Brauen, aber ich habe einen probaten Alchemisten hier an meiner Seite, der mir sicherlich, äh... mit Tat und wachlichen Hinweisen zur Hand gehen wird. Seppetilio. Oh, äh... Was wollt ihr? Er schließt gerade das sechste Schloss von sieben an diesem Schrank ab. Bier. Er möchte Bier brauen. Äh... Bier. Nun, ihr könntet selbstverständlich... Hm... Ähm... Hm... Hm... Äh... Habt ihr bereits welches? Nein. Nun, zu schade, natürlich. Nun, ähm... Idealerweise könntet ihr natürlich... Hm... Ich meine... Ihr wisst nicht, wie mein Bier braut. Er hat das hier mitgebracht. Ich halte ihm eine Hopfendolde unter die Nase. Ah... Natürlich. Nun, äh... Ihr seid doch ein Elementrist. Warum... Ich schwör dir nicht einfach welches. Nein, weil es gebraut und angesetzt werden muss. Es ist eine langfristige Investition in eine langfristig wunderbare Hochzeit und eine Ehe, die über viele Tage halten wird. Ey... Man, welches Talent wäre denn Bier Brauen? Und ich schwöre, wenn jetzt jemand sagt... Ja... Bier Brauen? Nein, es ist wirklich Bierbrauen. Was? Ich wollte gerade sagen, wer der teint, es war gar nichts... Ich wollte gerade sagen, wer es... Talent, meinst du nicht? Echte ragergeweihte neben Schnaps brennen. Schnaps brennen kann ich im Übrigen. Ich meine wenigstens die Basics sollte sie, glaube ich, wissen. Kann man das auf Kochen ableiten? Genau, Raffi würde auch mit Kochen. Ja, Kochen, Alchemie. Du kannst Kochen durch Alchemie oder Schnaps brennen. Ich wage mich, etwas Beknacktes wie Bierbrauen auf Alchemie zu rüffeln. Nie im Leben. Nein. Okay, das ist eine 10er Erschwernis. Denn nahrungsgefährdiges Wissen habe ich nicht. Körg, Master Improvisation habe ich nicht. Rauswurtschaft ableiten eventuell? Ich habe Kochen nicht mal eingetragen. So bad bin ich denn. Ich würfel einfach 3 W20. Körg, mach das Zulamin. Du dürfst es nicht so schlecht tatsächlich sein. Ja, aber mit der 18er 10er Erschwernis passiert hier gar nicht. Dann mach das Zulamin. Das Trick ist, wir müssen es ja nur ansetzen. Es ist hinterher scheiße, es schmeckt niemand, lebt lange genug, um das mitzukriegen. Ja, Zulamin zieht sich das ganze ganze Elend an und meint dann, Bier ist eines der ältesten Getränke der Mensch und vermutlich auch Zwergenheit. Ihr werdet doch wohl die Grundzutaten kennen. Und eine der ältesten Anwendungen der Magie, die die Menschheit kennt, ist die Blutsauberei. Trotzdem halte ich mich darüber geredet. Nun, Opfen, Malz und Gerste, nicht wahr? Und Wasser. Nun, ich sehe nicht, wie man hier etwas herausdestillieren kann, aber sicher, wenn ihr wollt, können wir es hier... Muss es gebrannt werden? Bier brennt man doch nicht. Oder? Kapitän, ja. Niemand hier weiß nur mal ein Bier mal. In welcher Reinfall muss es zusammengeführt werden? Nun, es tut mir sehr leid, dass ich zu sehr damit beschäftigt bin, Leute unverwundbar zu machen, um den Tod zu verkochen, anstatt eure... die Alkoholexzesse zu befriedigen. Also, ich habe immer gehört, beim Bierbrauen ist das Wichtigste, das Wasser erst mal kalt zu machen. Ich bin mir sicher, beim Roten Salamander hilft man euch gerne mit solchen niederen Fältigkeiten weiter. Oh, Sarpentilio, wenn es euch zu schwer ist, dann hättet ihr das sagen müssen. Dann hätte ich jemand anderen gefragt. Mein Junge, ich bin so kurz davor, einen Dämmer zu beschwören, der Bier machen kann. Ich erfinde einen, wenn es sein muss. Es ist auf jeden Fall... Wir können die Zeichern fragen. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass die Gärung in Gang kommt. Gärung, das passiert durch Pilze, nicht wahr? Yeah. Das wird jetzt ein Pilz, hier. Ja. Jedes Bier ist ein Pilzbier. In gewisser Hinsicht ja. Oh, wunderbar. Zulamin, ihr übernehmt das. Ihr kennt euch damit ja aus. Das wird ein wunderbares Hochzeitsbräu. Oh. Ja, Zulamin nähert sich dem Ganzen. Ich mache das auch zum ersten Mal, aber so schwierig kann es doch nicht sein. Vielleicht sollte ich mir kein Vater hinzuziehen. Der kommt aus der tiefsten Provinz. Der kann sowas bestimmt. Na, dann wird es so ein Eichelbier oder so. Nein, das möchte ich nicht. Das kann ich meiner lieben, lieben Angoschmedia nicht antun. Ja, ob das wird Bier. Und nicht nur Wasser mit Hopfen. Aber ihr macht das schon. Ja, ich würde zu lange zuschauen, wie sie da hantiert. Ja, da kannst du das auch mirakeln. Hast du das schon getan. 20, 18 Punkte übrig. Und dann leitest du damit deine Bierbrauenprobe ab und das wird tatsächlich ein guter Ansatz. Das wird jetzt hier erstmal keiner testen können, aber morgen wird dann beutags wässrigen Hopfen Gerstentrunk irgendwie haben ohne Alkohol, ohne Kohlensäure. Naja, das dauert ja dann auch. Also ich wüsste nicht, warum man nach einem Tag probieren sollte, aber ja, kannst du es dann warm machen, verkorkst das dann ordentlich, dass da kein Sauerstoff rankommt, dass dann die Bakterien beziehungsweise die Pilze da arbeiten können und dann den Zucker umsetzen können zum Alkohol und der Kohlensäure. So ein kleines Blubberröhrchen noch dran und ja, dann machst du den Deckel zu und schaust zufrieden zum Boltox. So, das sieht doch ganz gut aus. Danke, Zolamin. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft. Das wird schon Boltox. Ja, ich hoffe, es schmeckt dann am Ende auch. Ein schlechtes Ehebräu, das ist immer ein ganz schlechtes Omen für die Ehe. Ja, 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 nun gut. Na dann beginnt jetzt das Ritual an diesem Abend, weswegen ihr alle gekommen seid und was natürlich auch besonders wichtig ist, ich werde jetzt die Pfeiler berufen. Diejenigen drei, die mir heute und dann auch für die morgige Zeit ein ganz wesentliches Stütze sein werden und auch Stütze unseres Angroschbundes. Als ersten Pfeiler des Beutigams, das bin ich, berufe ich Serpentilio. Ehe, bitte? Ja, ja, natürlich. Immerhin habe ich dich freigekauft und für morgen musst du dann nur eine gute Rede zu meinen Qualitäten, meinen vielen und tollen Fertigkeiten und ähnliche vorbereiten. Das kriegst du sicherlich hin. Ihr habt mich nicht freigekauft, sondern meinen Kontrakt erworben, wie ich in die Müde werde, euch zu erinnern. Ja, natürlich. Äh, das Zweite, als Zweiten Pfeiler werde ich Gonach berufen, dem habe ich das schon gesagt. Er wird eine kleine Rede auf meine Stärken und meine unvergleichliche Art als Schochsuli halten. Und als Dritten Pfeiler, das habe ich Raphim ja auch schon angekündigt, werde ich Raphim berufen. Er wird darüber sprechen, was für ein toller Zwerg ich bin und wie toll das Eheleben mit mir sein wird. Nun, als Ersten Pfeiler der Braut, nach Wünschen von der lieben Angor Schminia, werde ich Abel mir berufen. Abel mir, du kennst Angor Schminia schon am längsten von uns. Dementsprechend möchte ich dir diese Verantwortung gerne übertragen. Sie hat schon mit Lalkas gesprochen, er wird der zweite Pfeiler der Braut sein und der dritte Pfeiler Zulamin, wenn du mir die Ehre erweisen würdest. Sehr gerne. Wunderbar, sehr schön, das wird doch, ja. Gut, dann sind die Pfeiler jetzt berufen und wir kommen zum letzten und wichtigsten, naja, jede von diesen Traditionen ist wichtig, aber für meine Füße wichtigen Akt, denn die Füße müssen gepflegt werden, bevor ich morgen in der Feuerprobe über die heißen Kohlen schreiten werde. Dementsprechend, Serpentilio, hast du die Brandpaste fertig? Selbstverständlich, hier doch. Sehr gut, dankeschön. Ich fürchte, ich konnte den Piniengeruch nicht ganz herausholen, aber ihr werdet schon zurechtkommen. Oh, das macht mir nichts. Wichtig ist, dass wir diese Brandpaste nicht einfach so auf die Füße auftragen, denn ein wesentlicher Aspekt, der uns zeigt, wie wir die Drachen, die Drax und ihr schreckliches Feuer bezwingen, ist diese Feuerprobe. Deshalb müssen wir etwas davon hinzufügen, auf das man immer mit Füßen treten sollte. Die Essenz der Geschubbten, in dem Fall Schlangenöl. Wir mischen das Schlangenöl also mit der Brandpaste hier und dann sprechen wir Graschmox Krackkrumm darüber. Graschmox Krackkrumm Und jetzt hier Wie war eine angemessene Essenz eines Geschubbten nicht viele Jahre in Karfunkelstein gewesen? Ich spreche da immer nach. Graschmox Krackkrumm Graschmox Krackkrumm Wie auch immer? Krumm Ja Graschmox Krackkrumm Krackkrumm